So Leute, ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr werdet euch jetzt freuen, denn es gibt wieder Herodes Talk, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Ich habe jetzt nämlich das Problem gefunden, warum ich keine Aufrufe finde. Das hat mir hier jemand in die Kommentare geschrieben. Nämlich hier der Alex Wayne. Ach nee, das ist der falsche Moment. Hier der Gandalf. Gandalf, der hat reingeschrieben, wie bei den ersten, und Herodes Talk und meine Videos sind halt zu lang und deshalb will das keine gucken, das ist einfach utopisch. Und dann hat hier der Apokalyptical Theory das bestätigt. Deshalb werden Herodes Talks jetzt etwas kürzer werden in Zukunft, damit er es auch wieder die Klicks kriegt. So, ich war heute in der Schule sehr müde und als ich dann 10 Minuten jemand einen Vortrag gehalten hat, habe ich geschlafen. Und dann hat mein Sitznachbar gesagt, das war voll laut. Und dann habe ich gesagt, das nächste Mal soll er mich doch wecken, weil ich werde nicht alle aufschreien. Oh, eine Minute ist rum.